Hallo, potenzielle 211-Zuhörer! Ich möchte eine kleine Ankündigung vollbringen, die wahrscheinlich toller ist als alle anderen Ankündigungen bisher... ...weil so heißt, dass der Kanal wieder aktiver wird, denn... ...ich habe eine Änderung fortgeführt und die finde ich, ehrlich gesagt, scheiße inzwischen. Deswegen mache ich sie wieder rückgängig. Und das heißt, dieser Kanal wird wieder Uploads ohne Ende kriegen. Die ist meine Zeit hin mit, weil aktuell... ...deswegen mache ich es jetzt. Weil aktuell nimmt mir die Ausbildung ziemlich viel Zeit weg. Deswegen werde ich jetzt die Videos von... ...dem anderen Kanal, wo ich LPs und Teams getrennt habe... ...hier hochladen... ...und quasi mir so ein bisschen Vorsprung schaffen. Damit die regelmäßig Uploads kommen. Es werden insgesamt drei Projekte mit rüber genommen. Werden euch bestimmt gefallen, denn eins davon ist zum Beispiel Dust in Illusion Tale. ...kriegen dem Hardsworth bei Slip... ...und Kirby Submaster Ultra ein Re-Let's-Play, weil mir mein Altes nicht mehr so gut gefallen hat. Deswegen... ...kommt ihr jetzt in die nächsten Zeit. Immer eine Folge von allen dreien am Tag. Und... ...ja... ...wenn ihr einen Spielvorschlag habt... ...macht ihn ruhig. Ich werde ihn mir anschauen. Und im Winter kommt dann... ...Naruto Ultimate Interstormer 3. Burst. Full Burst. Das habe ich mir vorgenommen, dass kommt... ...sobald es draußen ist für den PC. Also... ...ich hoffe... ...er freut euch irgendwie und... ...verzeiht mir meine doofe Eitsch, denn... ...manchmal denke ich, dass ich eine saugute Idee habe und die Idee ist scheiße. Also, bis zum nächsten Mal. Hau rein!